... Mich interessiert, wie es in den Führungen fehlt. So schlecht, wie es ist. Nein, noch mal. Es ist einfach schlecht wie Hirsch. Jolle! Jolle! Hast du die Oberstelle? Ich habe es gut. 49. Spielminute. Das erste Tor der Partie ist gefallen. Messi in Nordstadt geht bereits zur Rückführung. Der Kapitän X persönlich hat es per Kopf erzielt. Daniel Kast heißt die Oberstelle. Alex!